Willst du Mundharmonika spielen können? Ich meine so richtig, so Melodien und Blues Riffs und Improvisation. Dann bist du hier richtig, denn ich habe einen Kurs entwickelt, bei dem du das Mundharmonika-Spielen Stück für Stück von Anfang an lernst. Mein Name ist Ralf Schmidt und ich zeige dir in meinem Kurs alle wichtigen Techniken wie das Einzelton-Spiel, den Zungenblock oder das Bending. Wenn du willst, lernst du auch nach Noten zu spielen, aber ich habe auch alles in Tabellatur notiert, was für einige leichter zu lesen ist. Mein Kurs ist systematisch aufgebaut, das heißt, du beschäftigst dich so lange mit einer Lektion, bis du den Song oder die gezeigte Technik darin beherrschst. Am Ende des Kurses kannst du dann über 20 Lieder spielen. Außerdem weißt du auch, wie du mit einer Paddy Harden gehst und wie man Stilvoll Blues spielt. Klick einfach auf den Link und schau dir ein paar Lektionen kostenlos und unverbindlich an. Ich freue mich auf dich.